Willkommen zu einem weiteren großartigen Tag an dieser wundervollen Tankstelle. Ich bin immer noch dabei, das Lagerhaus auszuräumen. Mittlerweile hatte ich Besuch von dem bösen kleinen Rotzjung, der unsere Wände beschmiert hat. Ich habe in dieser Zeit auch eben noch ein bisschen hier die Wände bemalt, dass das hier schön aussieht. Und ich bin, wie gesagt, immer noch dabei, hier den ganzen Kram wegzuräumen, der hier ist. Oh, Aufgabe erledigt. Das sieht gut aus. Ich werde noch eben schnell den Heubatzen dahin bringen und da muss ich schon wieder, glaube ich, fast die Container ausleeren. So, Hinweis, öffne die Hauptregistrierkarte am PC und klicke auf die Wiederherstellen-Schaltfläche in der Registrierkarte Lager. So, und der Kollege hat ja gesagt, ich soll immer wieder das Tor zumachen, sonst werden wir hier bemaust. Und das nehmen wir natürlich ernst, diese Warnungen, ne? So, wir werden das Lager mal wieder herstellen. Nützt ja euch nichts, das müssen wir ja machen. So, wieder herstellen. Oh, super. Schick, schick. Ich habe eine neue Mail. Dann schauen wir uns natürlich auch noch an. Lager und Lieferungen, Zeit für deinen ersten Einkauf, Neffe. Das letzte Mal habe ich Produkte für dich liefern lassen, jetzt musst du selbst machen. Achte darauf, dass den Preis zu überprüfen in deinem eigenen Interesse möchtest du zu einem stabilen Preis verkaufen. Kaufe von... Kaufe, wenn der Preis definitiv am niedrigsten ist. Bevor du ein Produkt bestellen kannst, musst du sicherstellen, dass du Platz auf der Tankstelle hast. Okay, wahrscheinlich in der, ne? Dieses Produkt auch anbieten zu können. Du weißt schon, bla bla bla. So, dann machen wir das mal, ne? Dann hauen wir doch hier mal... Muss ich hier irgendwo? Oh, Lieferungen, da. Produkte. Oh. Dann, äh, was kostet das? Ist ja richtig teuer. Okay. Woher weiß ich, wie teuer das ist? Oh, der ist gerade niedrig. Okay, dann kaufen wir das mal. Wie sieht es hier aus? Der ist auch gerade recht niedrig. Machen wir das. Die Dinger sind ja immer recht erfolgreich hier. Okay, da geht der Preis gerade nach oben. So, und ein paar Getränke brauchen wir auch noch. Oh, der Preis ist zu hoch. Oh, na toll. Mein Warenkorb ist natürlich wieder leer. Ach Mensch, Leute. Was hat man gesagt? Das ist zu niedrig. Äh, zu hoch, meine ich. Aber der ist auch zu hoch. Der ist gut. Wie schaut es hier aus? Der geht nach unten. Dann nehmen wir das auch mit. Ein bisschen was zu futtern brauchen wir auch noch, ne? Chips. Chips ist gerade gut. Die Dinger sind ja eh immer toll. So. Dann machen wir mal. Warte mal, ich schaue hier noch. Ah, ne, warte mal. Wir müssen mal gucken. 200. Ja, ist okay. So, dann habe ich wohl hier irgendwas freigeschaltet. Warte. Ja, ja, das ist ja selbsterklärend. So, warte auf die Ankunft des Lieferwagens und packe dann alle Produkte ins Lager. Hinweis, der Lieferwagen kann die Produkte nicht ausliefern, wenn das Tor geschlossen ist. Aber du kannst das Tor gerne schließen, wenn er abfährt. Okay. Wo, wann kommt er denn, der Borsche? 493. Ja, muss ich das jetzt... Ah, ne, er kommt. Okay. Na gut, da wir ja noch nichts im Lager haben, könnte ich sagen. Dass wir das Tor einfach mal aufmachen. So, dass es populär dann reinfahren kann. So, ich muss den Müll noch weiter rausholen. Und ihr habt ja gesehen, der ist nicht alles drin, äh, alles draußen. So. Und in der Zeit... ...werden wir schnell auf den Lieferwagen warten und dann den ganzen Kram ausladen. Und dann müssen wir wirklich dringend... Oh, der gibt ja aber Gas. Dann müssen wir wirklich dringend die Tankstelle wieder aufmachen. So, wie funktioniert das jetzt? Nochmal. Mr. Trucker. Hier sieht's aus, Leute. Hier sieht's aus. Rein damit. Okay, das können wir nicht. Das wohl auch nicht. Er kommt da. Fuck. So. Moin, moin. Wie geht das jetzt? Okay. Ähm. Ah. Was muss ich jetzt hier rein tun? Ah, okay. So schnell geht das? Okay, okay, okay. Aufgabe erledigt. Tschüss, mein Freund. Ja, lass die Tür offen. Das passt. Ja. So, wir machen hier wieder zu. Wir wissen ja. No? Hier gibt's Diebe. Diebe, Diebe, Diebe. Fülle die Regale wieder aus. Hinweis, gehe zum Regal und interagiere mit ihm, um die Produkte zu platzieren. Okay, das machen wir. Oh, da haben wir. Place 5. Place 5. Place 5. Achso, funktioniert es dann. Okay. Hier machen wir auch noch was hin. Da war. Und hier müssen wir auch noch den Happa-Happa platzieren. Guck, da machen wir alle hin. Da machen wir auch alle hin. Machen wir alles hier rein? Schon, oder? Na klar, ist doch wieder alles voll hier. So, was ist denn jetzt schon wieder? Mal schon wieder ein Anruf. Onkel, du nervst mich langsam. Ja. Okay. So ist das. Also, er hat jetzt gerade nochmal gesagt, wir sollen aufpassen, dass wir unseren Ruf nicht verlieren. Und ich würde sagen, wir machen wieder auf. Einrichtung, was willst du denn jetzt noch? Ach, schon wieder. Ne, jetzt, warte erstmal. Jetzt machen wir hier keinen Stress. Wir machen alles wieder auf, denn wir brauchen Kohle, 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 Kohle. Dann können wir hier nochmal kurz durchgehen. Ist ja alles clean. Ja, hier ist alles super duper. So, Regale sind wieder voll. So ziemlich zumindest, ne? Wie sieht der Sprit aus? 196 Liter. Okay. Das sieht auch nicht schlecht aus. Hier sieht es ja echt aus wie auf einem Acker, oder? Aber es wird Zeit, ein bisschen Geld zu verdienen. Den Müllsack müssen wir hier lassen. Ach, den Müll wollte ich abholen lassen. Genau, genau. Und das? Okay, das Müll? Okay, das bleibt wohl anscheinend da, fest. Okay. Kundschaft bitte, ich bin bereit. Kaufe ein WC am Computer. Registrierkarte Sonstige in Merkmale. Ich soll ein Klo kaufen? Sonstige? Hm. Ach, hier. Oh, Lette. Dann machen wir das. Haben wir erledigt. Danke mich. Herlassen. So, oh, da steht schon ein Kunde. Zack. Du willst aber wirklich nicht viel heute, ne? Dingdoi. Bitteschön, Dankeschön. Oh, hier kommt Kundschaft. Moment, ich nehme Ihnen das ab. So. Äh. Wie, haust du wieder ab, oder was? Du sollst Sachen kaufen von mir. Schönste, leckerste Sachen. Ich habe eine neue Mail. Zeig mal her. Anerkennung. Ach so, das war ja das, was der... Was der Onkel uns gerade gesagt hat. Aktuelles Darlehen 0. Ah, siehste mal. Wir sind schuldenfrei. Juhu. So, kommen Sie bitte rein. Sie sollen bitte reinkommen, nicht? Ja, da geht's rein. Ja, ja, da rein. Genau, richtig. Dankeschön. Was ist denn du für lustige Sachen? Ach, du kommst nur her, um deinen Müll los zu werden. Oh, ist das jetzt wirklich dein Ernst? Du, kleiner Schmutzfink. Ah. So, hier ist ein Klo. Okay. Das schauen wir uns gleich an. Fege die Toilette mit einem Besen. Oh, machen wir doch. Äh, hallo? Ich fege die Toilette. Ih, seht ihr das, was ich sehe? Ist das nicht ekelhaft? Ist das nicht ekelhaft? Mh. Mh. Sehr, sehr lecker. Entschuldigung. Ich will's ja nicht haben. Bitteschön. Oh, Kundschaft. Kundschaft, ich grüße Sie. So, bitteschön. Ein lila Getränk. Ein Orangensaft noch dazu für die Dame. Ein lecker Kekschen. Noch ein lila Getränk. Sie haben sehr viel Durst. Chips. Ein bisschen Vitamine. Schöne Cola. Ja, gerne. Gerne, gerne, gerne. So. Aber wenn ich da noch einen Parkplatz dazu bauen soll, da wären es ja immer mehr Menschen hier drin. Verrückt. Die läuft aber sehr aggressiv. Oh, was haben wir hier? Immer schön für Ordnung sorgen. Ah, schön. Na, so. Naja. Muss ja schon dann bald wieder einkaufen. Der Laden brummt hier, ne? Der Laden brummt echt. Zack. Das ist alles schön. Und ich gebe es bald neue Getränke. Oh, Sie machen aber den Wocheneinkauf, junge Frau. Hm? Mich soll es ja freuen. Nice. Oh. Dankeschön, Dankeschön. Ja, ja. Sie haben übrigens da eine ganz komische Mütze auf. Oh, Kundschaft. Hier wird wieder Geld verdient. Da liegt ja noch unsere kleine Henky-Kackwurst. So. Zack. Ja, doch. 173 habe ich noch. Das ist ja jetzt auch nicht mehr. Die Menge, ne? So. Ach, wie schön. Oh, schaut dir das an. Das sind wie die kleinen Schweinchen hier. So. Wie spät haben wir es? Halb eins. Und nur zufriedene Kundschaft. Ist das nicht toll? Hm? Da kommen sie schon in Massen angefahren. Ja, das sieht alles noch gut aus. Regale brauche ich dann wohl noch ein paar, nur? Oh, ihr sollt tanken, Leute. Mit eurem Gepiepse verdiene ich doch nicht so viel Geld. Schönes Auto. Schönes, schönes Auto. Mhm. Kommen sie, kommen sie rein. So. Was gibt es denn hier noch alles Schönes? Einrichtung. Oh, hört, hört. Hallo, hol. Zigaretten. 139. Oh, Eiscreme. Hm. Ist das schön. Kümmern wir uns gleich drum. Schön fein putze putze machen. Zack. Und zack. Wir sind hier, ne? Wir sind Profis hier schon langsam. Zack. Ich brauche echt Personal. Das ist ja wirklich, das ist ja echt. Ja, habe ich. Wo wollen sie hin? In das dreckige Kuletten-Ding? Hm, putze, putze, putze. Zack. Und zack. Aber gern doch. Oh, Moment. Kundschaft. Bitte schön, danke schön. Und Sprit bestellen. Sprit, Sprit, Sprit. Wie viel haben wir noch? 146. Ach nö, das reicht ja noch. Das reicht ja noch ein bisschen. So. Ach, ist das schön. Ist das nicht schön. Ach, die Müllabfuhr wollte ich bestellen. Dienstleistungen. Ne, warte mal. Dienstleistungen. Da. Was kostet das eigentlich jedes Mal? Das weiß auch keiner, oder? Hm. Das ist eine gute Frage. So, wir müssen uns mal ein bisschen um unsere Toilettchen weiter kümmern hier. Nützt doch alles nichts. Je, und schon dreckig, weißt du? Noch nicht mal aufgemacht und schon dreckig. E-gel-haft. Wie sieht's da aus? Gehen wir noch ruhig. Jawohl. Ich kann weitermachen. Oh, hier die Fliegen. Bleh, bleh, bleh. Warte mal, kann man das nicht hier? Das geht doch schneller, oder? Na klar. So, das wäre doch wieder... Das? Okay. So. Einer kommt. Okay. Das ist gut. So, was machen wir denn jetzt? Mit dieser Toilette. Ist das alles schon wie das muss? Hinten kommt man irgendwie gar nicht rein, ne? Braucht man da nicht rein? Hm. Und das da eigentlich? Mir auch noch nicht aufgefallen. Ich glaube, dass der Müllmann kommt. Zack. Ja, gerne, gerne, gerne. Bin stets bemüht. Die Fensterläden nicht auch streichen? Die sehen ja echt furchtbar aus. Johnny Müllmann, du blockierst wieder unsere Ausfahrt. Das ist nicht nett. Oh, der ist hier. Oh, oh, oh. John Rambo. Alter Kriegsveteran hier, hm? Ja, bitteschön, einkaufen. Bitte? Ja, oh, das war viel. Ah, cool, 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 cool. Kaufen Sie bitte sehr viel von uns. Nur wir haben die besten Waren in der ganzen Wüste. Natürlich auch wundervollste Getränke für Sie. Ja, schön. Zack. Brauchst du bestimmt auf dem Schießstand, ne? Ganz viel. Hm, gerne. Ja. Was haben die auf dem Kopf? Was ist denn das? Das ist eine Weihnachtsmütze. Gab es die auch in deiner Größe? Erhöhe das Popularitätslevel. So, wir wollten doch mal ein bisschen was gucken, ne? Einrichtung. Gibt es denn hier auch noch was? Achso, die andere können wir noch nicht kaufen. Nee, nee. Das machen wir auch noch nicht. Wir brauchen aber noch ein bisschen... Was haben wir denn hier noch? Das ist noch geschlossen. Fasseneinrichtung. Regale. Level 2. Zigaretten. Das haben wir gekauft. Und das Eiscreme-Ding wollte ich auch noch gern kaufen. So. Guten Tag, junge Frau. Gehen Sie doch einfach zum Mülleimer und wieder raus. Ohne zu tanken. Oh, hier steht einer. Ja, ja, ich bin da, ich bin da, ich bin da. Ja, bitte gern. Bitte, bitte gern. Oh, Sie kaufen auch was Schönes, ja? Ja, Hallöchen. Was ist denn eigentlich mit diesem dreckigen Kassenband los? Entschuldigung, dass es hier so aussieht wie bei... ...Hempels unterm Sofa. Dankeschön. Und das auch noch mitgenommen. Ja. Ah, schön, ne? Gut. Werde ich mal die Regale aufstellen müssen? So. Dann haben wir... Ach, das ist sowas. Okay. Zum an die Wand hängen. Ja, das müssen wir hier machen. Das nützt nix. Weil nicht, dass uns hier einer die Kippen klaut. Oh, ein cooler Eiscreme. Das muss natürlich an den Eingang, ne? Ist ganz klar. So. Ach, wie schön. So. Tag, der Herr. Eint. Nicht über... Oh, was ist denn jetzt? Errungenschaft freigeschaltet. Dankeschön. 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 Dankeschön für diesen Applaus. Irgendwas Tolles habe ich geschafft. Gut. Ich bin dabei. Ich bin der beste Tankwart dieser Wüste. Ja, gern. Was sind das hier? Die Leute lassen wirklich alles hier liegen. Alles. Und dreckig machen sie auch noch alles. Ich gehe nochmal kurz ins Klo. Ja, da ist auch noch ein bisschen was. So. Oh, grüß Gott. So, und dann muss ich noch ein bisschen Lieferung holen, ne? Und langsam. Eiscreme und Tabak. Da, 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 da. Dann werden wir hier diesen Kram nochmal rausbringen eben schnell. So. Oh. Clean Restrooms. Reparaturbedürftige Autos kommen automatisch an die Werkstatt, wenn das Tor geöffnet ist. Ja, Entschuldigung. Oh, jetzt muss ich tatsächlich Eis kaufen, ne? Ist das wirklich so? Produkte. Ice Cream. Gut, Ice Cream. Ice Cream ist zu teuer. Die sieht gut aus. Wie sieht's hier aus? Die sieht auch gut aus. Das, das nehmen wir mit. Die sieht noch besser aus. Und dann hätten wir gern auch noch... Ja, ha. Ja, doch, ich... Ich hab zu wenig Geld, deswegen. Was denn? Wer hubt denn hier rum? Ja, warum hubst denn du? Mein Gott. So. Bitteschön. Jetzt aber. Ja, ja, bitte gern. So, guten Tag, junge Frau. So, dann mach ich schnell das Tor auf. Damit der Schlumpi auch reinfahren kann. Und ich hoffe, keiner räubert mich hier in der Zeit aus. Kaufe eine Werkstatt über dem Bildschirm. Ja, ja, klar. Ich hab ja hier, ne? Ich bin ja... Oh, Entschuldigung, junge Frau. Ich bin sofort da. Und los geht die wilde Fahrt. Das war's ja schon. Ja, das war's ja schon. Gern geschehen. So, 104 Dollar haben wir aktuell. Du bist hier wieder nur groß, oder? Mit deiner blinke Mütze. Ja, Leute, da muss ich mal kurz zumachen. Und zwar... Sonst können wir das nicht in Ruhe ausladen. Und dann haben wir nur unzufriedene Kunden. Und das wollen wir ja nicht. So, guten Morgen, der Herr. Ich nehm das für Sie. Ich helf Ihnen da natürlich gern. Wartest du? Ich hab... Hallo? Hallo? Ich... Da ist noch was drin für mich. Hallo? Du Lupp. Äh... Tschüss. Anscheinend ist das wohl nicht für mich. Na gut. Dann eben nicht. Dann eben nicht. So, dann gehen wir kurz die Regale auffüllen. Und ich würde mich freuen, wenn ihr ein Like und ein Abo da lasst. Das fände ich richtig gut. Linke Maustaste platzieren. Nö, ja, keine Produkte. Die Tankstelle ist zu. Das ist mir alles klar. Keine Produkte mehr. Was haben wir denn da gekauft? Hä? Bin mir doch sicher, ich hab... lustigste Sachen gekauft. Hm. Wer weiß, woran das liegt. Ja, Like und Abo, wie gesagt, nicht vergessen. Und wir sehen uns wieder in der neuen Folge. Vielleicht finde ich dann heraus, warum wir keine Eiscreme haben. Keine Produkte mehr. Schade. Ja, bis dann. Tschüss. Ich glaube, wir sehen uns wieder in den Augen. Wir sehen uns wieder in den Augen. Wir sehen uns wieder in den Augen.